Einen Floschenkunde wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es Cringe ohne Ende, denn ich habe da was im Hub gesehen und zwar City Build und nochmal City Build. Dann steht hier dieser No-Skin-Danny rum bzw. jetzt natürlich ein fresher Teddybär im schicken Anzug. Wenn wir den jetzt mal anklicken, breche in Danny Space ein und stehle die Diamanten. Wenn ich weiß, was das ist, ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht im Leben. Ihr habt alles richtig gemacht. Oh nein, Wolf. Oh nee. Und kommen hier... Nee, man darf hier nicht. Hier ist mit WorldEdit geschwitzt. Ähm, ja, wenn ihr zwölf seid, kennt ihr das eh. Das sind die Gangster-TikToks von Rypex Ipex. Und da gibt es immer diesen Danny und die kloppen sich immer um Diamanten. Finde Dannys Diamanten von... vom Eiermann. So, zurück zum Spawn und Rypex Power Schaufel. Okay. Obsidian ist abbaubar. Oh, no shit Sherlock. Tü, 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 tü. Ich gehe mit meiner Schaufel. So, hier sind ein paar Spinnenweben und die gehen alle nach oben. Ja, okay, wäre ich wahrscheinlich auch. Ja, das wäre ich nicht abbauen können. Egal. Ja, das ist ein Zaun. Da musst du wohl wieder runter. Pech gehabt, ne? So, dann jumpen wir hier mal kurz durch. An Ziel kann ich nicht springen, oder? Na, shit. Komm, Paluten. Hier geht's nicht lang. Wir gehen zurück. Koordneter Abgang. Oh. Äh, ah, lol. Okay, der hat gerade Obsidian abgebaut. Und es ist abbaubar, wie auf dem Schild. Weiß jetzt nicht, was es ihm gebracht hat, aber egal. Paluten wir es fast nur die ganze Zeit unten. Sterben ist, glaube ich, nicht so ideal hier. Nimm deine Schaufel und reiß dich am Riemen. Bisschen Jump'n'Run. Auch ganz easy gemacht. Hier kommen wir nicht durch. Das ist doch wunderbar. Ja, äh, ich denke mal, wir werden auf... Ne, doch nicht auf den Zaun müssen. Einfach mal hier rein. Was gibt's denn hier? Gibt's hier Süßigkeiten? Steht hier ein schwarzer... Ben, mit Candies drauf. Obsidian ist abbaubar. Ja, das ist schön für dich, aber... Ich will da nicht runter. Ich will ganz hoch hinaus. So, und was gibt's jetzt hier oben? Gar nichts. Was ist denn das für ein Scheiß? Danny, wo sind die Diamanten? Nein, ich kann die... Ey, ich könnte auch mit diesen TikToks anfangen. Warum suche ich eigentlich Diamanten? Wenn, dann müsste ich eher Biegen suchen. Ich brech ein mit meiner Schaufel. Und meine Schaufel bricht dahin mit mir. Vielleicht gehe ich doch mal beim Obsidian rundher, oder? Weiß nicht. Bringt mir das was? Oh, da sind Diamanten. Schnell, Dennis Diamanten. Oh, hier sind wirklich Dennis Diamanten. Ich hoffe mal, da ist auch eine Schoki mit drin, weil nur Diamanten will ich nicht. Dennis Diamanten. Rypex freut sich. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt sind das meine, ne? Oh, nehme ich mir einfach alle mit. Du hast es geschafft. Rypex wird dir in einigen Tagen eine geheime Belohnung auf dem Griefer Games-Teddy-Bild aktivieren. Du kannst diese mit Slash-Event-Belohnung abholen. Hm, ich hoffe mal, ich kann Dennis Diamanten behalten, damit ich reich, wer nur in eine WhatsApp-Gruppe aufwachen kann. So, und jetzt, weil wir richtig cool und richtig geil sind, spielen wir nicht nur Minecraft-Einbruch, sondern auch Minecraft-Ausbruch. Die EC ist ja deaktiviert, das finde ich aber nicht so gut. So, dann gehen wir mal auf den besten City-Build. Auf ganz Griefer Games ist ja natürlich klar, aber überhaupt keine Zahl sagen. Ja, perfekt, der Kommentar ist deaktiviert. Sag mal, was ist denn das hier für eine Scheiße? Dann sind wir einfach richtige Gangster und verbinden uns einfach neu. Slash-Event-Belohnung. Boah, hier ist die Event-Belohnung. 47 dort. Äh, ich glaube, ich habe hier einen Hoh falsch gesetzt. 470 Orbs. Danke, Eiermann und danke, Danny. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos hier mehr auf meinem Kanal verpasst. Dienstag, 17 Uhr, gibt es hier immer ein neues Video. Ansonsten, haut gerne... Ich weiß nicht, was haut ihr in die Kommentare? Am besten was zu essen, das ist immer gut. Ansonsten, haut rein und ciao, Leute. Eiermann und Glocke aktivieren, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein neues 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 Video